hallo willkommen auf meinem youtube-kanal und wie wir heute über mich erstellen so mein name ist Stefan Pretzel und ich bin gerade mal 22 Jahre alt noch und bin im Juni 23 Jahre alt und mein Hobby ist schön, wie ich mache, das ist eigentlich nicht gut und ich hab jetzt viele eigentlich, genau, Freunde unternehmen, äh, hier ist viele Freunde unternehmen und, und, ähm, die, äh, wo ich mich machen, ähm, ja, das muss ich erstmal mein YouTube nehmen, was mache ich eigentlich im Club? Wie gut mache ich eigentlich, äh, flott, bzw. plott, muss ich, kommt, aber noch, YouTube, das dauert auch noch ein bisschen, und, die, hier, und Musik-Kellis-Videos, wird auch was wiederkommen, ab nächsten, nee, ab übernächste Woche wird, äh, Musik-Kellis-Videos kommen, und, nee, halt, nächste Woche, nächste Woche kommt Musik-Kellis-Videos für Teil 2, glaube ich, ja, und, äh, ja, erst mal ein Startup, und, mal gucken, jetzt, wenn, 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 wenn du, oder, nicht, wenn, oder, nicht, gerne, und, übernommen, genau, ein Abonnement, also abonnieren, und, wenn all mein Gile, äh, euch gefällt, dann einfach und wenn der Hater mich einfach angreift, dann ecke will ich einfach mehr dafür das ist gute Einstellung für mich das ist ein Kader, ein Kader, ein Kader, ein Kader, ein Kader, ein Kader und ich habe mich natürlich dann auch nicht mehr zu sagen und... ja und... ja und... ja und ich will auch ab und zu machen arbeiten naja nicht ab und zu, sondern auch wieder mit das ich auch mal verstehe dass ich nur eine Woche ein Video hochladen werde denn es ist nur Montag und vielleicht in ab und zu 2 Videos in der Bauchaufgabe ob ich so machen würde ich lassen ja, dann oder nicht muss ich erstmal nachgucken ob ich dafür Zeit dafür habe und ja das war es erstmal und so die Live-Store-Musicalist schon nächste Woche das in der Bauchaufgabe vielleicht auch hier auf meinem Kanal müsst ihr einfach kurz abwarten ich weiß ja nicht so direkt dass die Welt hochkommt oder nicht ich weiß nicht wie man ich ihn noch ganz in die Welt nach oben ja 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 so das war es erstmal über mich und wenn ihr diese Video gefällt dann einfach mich einfach da hoch machen und raunieren raunieren auf auf das war da 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 das war das 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 ist Untertitelung des ZDF, 2020